Ich bin von der HU und betreue bei der HU verschiedene OER-Content-Projekte, die an der HW Hamburg ihre Inhalte als OER zur Verfügung stellen wollen. Und zwei von meinen Lieblingsprojekten, die jetzt gerade veröffentlicht haben oder demnächst veröffentlichen, möchte ich euch heute vorstellen. Das eine ist MUAP, unser Multi-User-Atelier Perspektive, in dem ihr in einer VR-Applikation lernen könnt, wie man Perspektive konstruiert. Bestimmt habt ihr schon mal als Hobbyzeichner in irgendwann schon mal versucht, eine Landschaft zu zeichnen und es sah hinterher irgendwie vermurkst aus. Und das könnt ihr verhindern, wenn ihr euch in der VR-Umgebung mit der Perspektive befasst und auf den Arbeitsblättern lernt, wie ihr sie selber konstruieren könnt. Das zweite Angebot, was ich vorstellen möchte, ist Science to Startup. Das ist von unserem Zentrum für Karriereplanung entwickelt worden und hilft euch dabei, wenn ihr irgendeine Gründungsidee habt, von der Inspiration über Teamfindung, über Finanzen, Steuern, Orga-Kram bis zum Pitch und letztendlich zur Ausgründung, alle Schritte zu durchlaufen. Ihr findet Reflexionsbögen, alles, was ihr braucht, um von eurer Idee zur Gründung zu kommen. Schaut doch mal auf who.de vorbei und sucht die Projekte MUHP, Multi-User-Atelier-Perspektive und Science to Startup. Viel Spaß beim Lernen!